digital und binnen differenziert das potenzial digital gestufter lernhilfen für den biologie unterricht herzlich willkommen zum basismodul gelingensbedingungen hallo zusammen wie können der unterricht und die aufgaben gestaltet sein um der heterogenität im klassenzimmer gerecht zu werden den ausweg suchen wir lehrkräfte oft darin ein mittleres anforderungsniveau zu wählen womit wir jedoch auch nur wenigen schüler innen gerecht werden können gleichzeitig bedeutet die reduktion der anforderungen meist auch eine reduzierung der komplexität insbesondere steht eine solche strategie dem ziel entgegen durch anspruchsvollere aufgaben schüler innen kognitiv zu aktivieren eine möglichkeit aufgaben zu gestalten ohne die anforderung und die komplexität zu reduzieren besteht darin gestufte hilfen analog oder digital zu integrieren im modul 4 zum thema gelingensbedingungen widmen wir uns der frage wie gestufte lernhilfen im unterricht erfolgreich und gewinnbringend für alle schüler innen eingesetzt werden können konkret wird es um die fragen gehen wie gestufte lernhilfen in ihrem unterricht eingesetzt werden können welche bedingungen sie dabei beachten und was sie bei der aufgabenentwicklung beachten sollten hierzu finden sie in diesem modul einen leitfaden zur orientierung und eine aufgabe zum thema wald als beispiel welche sie jeweils herunterladen können das modul endet mit einem self assessment test zur erinnerung sehen sie hier noch einmal eine kurze zusammenfassung der ziele die mit dem einsatz gestufter lernhilfen verfolgt werden möchten sie dieses noch mal wiederholen lohnt sich ein blick ins modul 1 theoretische grundlagen gestufte lernhilfen wollen die komplexität erhalten und schüler innen kognitiv aktivieren gestufte lernhilfen möchten anforderungen nicht vermindern und eine orientierung an den leistungsstärkeren schüler innen ermöglichen gestufte lernhilfen möchten ein eigenes lerntempo ermöglichen so dass die schüler innen selbst entscheiden können zu welchem zeitpunkt sie eine hilfe in anspruch nehmen möchten und gestufte lernhilfen möchten die sachbezogene kommunikation unterstützen so dass der dialog zur klärung von vorstellungen und begriffen beiträgt und zugleich das naturwissenschaftliche argumentieren gefördert wird doch wie können sie gestufte lernhilfen in ihrem unterricht einsetzen hierzu stellen wir ihnen nun sechs überlegungen vor zunächst gilt für diese methode dass sie wie andere methoden auch wohl dosiert eingesetzt werden sollte bei forschend begleitenden einsätzen erwiesen sich vier bis fünf aufgaben in einem halbjahr als praxistauglich ebenso gilt dass eine einführung und gewöhnung der schüler innen die arbeit mit den hilfen erleichtert so ist beim ersten einsatz damit zu rechnen dass aus neugier die abschließende hilfe zuerst angesehen wird bei wiederholter nutzung sollte dies jedoch seltener auftreten da die lernenden das erfolgserleben nicht selbst unterlaufen wollen schließlich zählt auch das verhalten der lehrperson während der bearbeitung der aufgaben zu den gelingensbedingungen nicht im sinne der selbstständigkeit wäre es wenn die lehrperson die arbeit der lernenden kommentiert oder zusätzliche tipps gibt dadurch würde der eigentliche sinn der unterstützung der selbstständigkeit konterkariert aus studien ist bekannt dass insbesondere invasive also nicht eingeforderte hilfen bei der gruppenarbeit kontraproduktiv sind im falle der gestuften lernhilfen gilt das umso mehr da die schüler innen sich eigenständig und gemäß ihrem tempo mit den lernimpulsen und hilfestellungen auseinandersetzen und nicht den einfacheren weg über die lehrperson wählen sollen außerdem sollte den lernenden eine freiwillige nutzung der lernhilfen ermöglicht werden dies gilt sowohl für die entscheidung zur nutzung als auch für den zeitpunkt der nutzung sowie alle aufgaben und materialien im unterricht sollten auch lernhilfen selbst erklärend sein um eigenständiges lernen zu ermöglichen und den fokus nicht zurück auf die lehrperson zu lenken eine wichtige rolle für einen erfolgreichen einsatz spielt zuletzt die kombination mit passenden aufgaben sowie die formulierung der aufgaben selbst diesen punkt schauen wir uns gleich genauer an doch bevor wir uns die formulierung der aufgaben genauer anschauen möchten wir zunächst erfahrungen aus der praxis mit ihnen teilen wir haben ein interview mit einer sonderpädagogin geführt und mit ihr darüber gesprochen wie sie gestufte lernhilfen in ihrem unterricht einsetzt herzlichen dank dass sie sich heute zeit genommen haben gestufte lernhilfen gibt es sowohl analog als auch digital welches format haben sie bereits genutzt und warum haben sie sich für eine dieser vorgehensweisen entschieden also ich habe sowohl analoge als auch digitale gestufte lernhilfen genutzt ja die analogen zum einem weil die schon da sind also dass man als lehrperson auch auf vorhandenes material zurückgreift und auch für einige schüler innen manchmal schöner ist wenn man sich einen umschlag vorne holt und dann aber auch noch mal mit der lehrkraft in kontakt kommt oder ja einfach was in der hand hat was auch visuell noch mal gestaltet ist die digitalen hilfen sind natürlich etwas einfacher und schneller verfügbar sie geben einen besseren überblick und sind schneller abrufbar als die analogen in welchen bereichen ihres unterrichts integrieren sie gestufte lernhilfen also eigentlich in den meisten aufgabenstellung das heißt wenn die schüler innenaufgaben bekommen insbesondere hier in der formulierung von sätzen im festhalten von ergebnissen bei ergebnisprotokollen geht es oft darum dass die gestuften hilfen noch mal formulierungshilfen geben also nicht nur fachliche inhalte unterstützen sondern auch sprachliche hilfen bieten was unsere schüler innen ja oft benötigen ganz einfach und welche rückmeldungen haben sie von den schüler innen bezüglich dieser hilfen erhalten und wie nutzen die schüler innen ihre hilfen im unterricht also die meisten nutzen sie sehr gerne es gibt aber auch die schüler innen die wirklich fit genug sind die wissen dass sie das nicht brauchen denen auch formulierungen und fachliche beantwortung der fragen nicht schwer fallen und die die gestufte lernhilfen benötigen die wissen dass die zur verfügung stehen und die nehmen sie auch gerne in anspruch welche herausforderungen sehen sie bei der integration von gestuften hilfen welche haben sie bereits erlebt und wie sind sie damit umgegangen die herausforderung ist ganz klar eine zeitliche herausforderung das material zu erstellen und parallel zum vorhandenen material immer wieder gestufte hilfen zu entdecken zu gestalten selbst zu kreieren weil das vorhandene material gerade in den lehrwerken gestufte lernhilfen bietet die aber nicht unbedingt gestufte lernhilfen sind das heißt man erstellt selbst materialien oder in form der materialien bietet man gestufte hilfen an die aber besonders ausgearbeitet sind und das ist eben genau die herausforderung das für alle klassen und alle unterrichtsstunden dann zu generieren aufbauend auf den erfahrungen der kollegen möchten wir ihnen nun hilfreiche tipps zu den einsatzmöglichkeiten sowie konkrete ideen zur umsetzung geben diese werden wir ihnen auch an einer beispielaufgabe zum thema sauerstoff umsatz im wald aufzeigen das system der hilfen eignet sich wegen seiner besonderen struktur nicht für alle arten von aufgaben bei der auswahl oder erstellung von aufgaben sollten einige kriterien beachtet werden grundsätzlich gilt wenn die eingebaute differenzierung funktionieren soll dann sollten die aufgaben von den leistungsstärksten schüler innen ohne die benutzung der hilfen lösbar sein besonders gut eignen sich aufgaben zur aktivierung von vorwissen zum beispiel die wiedergabe von fakten und regeln auch bei der reorganisation von wissen zum beispiel bei zuordnungs- oder ergänzungsaufgaben eignen sich gestufte hilfen sinnvoll ist ein einsatz auch bei der anwendung von bereits erarbeitetem auf eine veränderte aber verwandte fragestellung bei aufgaben zur naturwissenschaftlichen arbeitsweisen können gestufte hilfen sinnvoll sein um die einzelnen schritte beispielsweise bei einem experiment erfolgreich zu durchlaufen über den link erhalten sie eine übersicht in der die den aufgaben typen zuzuordnenden operatoren dargestellt sind nur bedingt geeignet sind lernaufgaben im sinne der erarbeitung da die hilfen sukzessiv eingesetzt werden sollen eignen sich prozess und ergebnis offene problemstellungen auch nur eingeschränkt verzweigungen oder kreative lösungswege lassen sich mit gestuften lernhilfen nicht abbilden man kann also sagen dass geeignete aufgaben komplex aber eher geschlossen sind eher anwendung als erarbeitung neuer inhalte fokussieren oder der aktivierung und reorganisation von vorwissen dienen sollten ein zentraler aspekt zum gelingen des einsatzes gestufter hilfen ist die aufgabenentwicklung aufgaben mit gestuften lernhilfen wurden von josef leisen für den naturwissenschaftlichen unterricht entwickelt im unterschied zum eher allgemein beschriebenen format weisen die von leisen entwickelten aufgaben zwei elemente auf der aufgaben kontext beziehungsweise die aufgabenstellung und die lernhilfen beide elemente schauen wir uns im folgenden genauer an beginnen wir zunächst mit der aufgabenstellung die gestaltung der hilfen folgt dann im anschluss damit eine motivierte und aktiv konstruktive auseinandersetzung stattfinden kann sollte der aufgaben kontext so gewählt sein dass der lernstoff von den lernenden als bedeutsam eingeschätzt wird nicht immer stehen allerdings geeignete kontexte zur verfügung in diesem fall ist es besser lediglich die fachliche fragestellung zu entfalten als eine künstliche rahmengeschichte zu konstruieren die aufgabenstellung selbst sollte komplex sein und sich am oberen leistungsniveau der lerngruppe orientieren so dass die aufgaben von den leistungsstärksten schülerinnen ohne hilfen genutzt werden können die formulierung der aufgaben sollte neben einem informationsteil angaben zu den zu erwerbenden fähigkeiten zu den benötigten vorkenntnissen und erwartungen enthalten hier finden sie nun eine beispielaufgabe zum thema unser wald die grüne lunge der erde die vollständige aufgabe inklusive aller hilfen finden sie auch unter dem angezeigten link sowie im kapitel links und materialien zum herunterladen wir kommen nun zur formulierung der lernhilfen ein charakteristikum der lernhilfen ist die kombination von lernstrategischer und inhaltlicher unterstützung inhaltliche hilfen dienen häufig dazu das vorwissen zu aktivieren zum beispiel salat ist eine pflanze erinnert euch was ihr über den aufbau einer pflanze schon wisst lernstrategische hilfen haben das ziel die strukturierung des arbeitsprozesses zu unterstützen beispiele sind hier formuliere die aufgabe in eigenen worten suche im text nach wichtigen informationen die du für die lösung der aufgaben nutzen kannst die verschiedenen arten gestufter lernhilfen schauen wir uns gleich in einem konkreten beispiel an eine übersicht mit beispielen finden sie auch in dem dokument leitfaden aufgaben mit gestuften lernhilfen gestalten welches sie in diesem modul als pdf herunterladen können die erste hilfe beinhaltet in der regel die aufforderung die aufgabe in eigenen worten wieder zu geben die letzte hilfe stellt die komplettlösung dar im folgenden möchten wir kurz auf den begriff lernstrategie genauer eingehen laut wild und schiefle unterscheidet man kognitive lernstrategien metakognitive lernstrategien und strategien zur nutzung interner und externer ressourcen diese sind hier im diagramm dargestellt lernende sollen durch kognitive lernstrategien unterstützt werden informationen aufzunehmen und zu verarbeiten sie werden in organisationsstrategien elaborationsstrategien und wiederholungsstrategien unterteilt insbesondere wiederholungsstrategien werden verwendet um fakten wissen auswendig zu lernen elaborationsstrategien werden angewendet um das lernmaterial besser zu verstehen sie können zum beispiel beim verknüpfen mit vorwissen dem transfer auf andere wissensbereiche und dem anwenden des gelernten hilfreich sein organisationsstrategien sind wie der name schon sagt für die organisation des lernmaterials bestimmt es ist gedacht dass die lernenden die lerninhalte so besser strukturieren können metakognitive lernstrategien zielen darauf ab den lernprozess zu organisieren zum beispiel durch die formulierung von lernzielen und durch die überprüfung ob das gelernte verstanden wurde sie dienen der regulation beispielsweise durch die anpassung der menge strategien zur verwendung interner und externer ressourcen beziehen sich auf die umgebungen in denen der lernprozess stattfindet das interne ressourcenmanagement verwaltet und überwacht aufmerksamkeit anstrengung lernzeit und motivation im gegensatz dazu zielen externe ressourcenmanagement strategien darauf ab die äußere umgebung gut zu nutzen beispielsweise durch die gestaltung des arbeitsplatzes die verwendung geeigneter literatur oder durch den austausch mit mitschüler innen zu den lernstrategischen hilfen zählen die folgenden sechs kategorien paraphrasierung fokussierung elaboration von unterzielen aktivierung von vorwissen visualisierung und die verifikation um die schülerinnen beim arbeiten optimal zu aktivieren ist es ratsam jede hilfe in zwei teile zu unterteilen erstens eine frage oder aufforderung zu lernrelevanten kognitiven handlungen und zweitens eine antwort oder inhaltliche erläuterung die als rückmeldung für den lernenden dient durch diese kombination aus frage beziehungsweise aufforderung und antwort beziehungsweise erläuterung erhalten die schülerinnen unterstützung und feedback sowohl für inhaltliche aspekte der aufgabe als auch für den einsatz angemessener lernstrategien doch wie genau sieht eine aufgabe nun aus das schauen wir uns gemeinsam im nun folgenden beispiel an hier finden sie nun die gestuften lernhilfen zu unserer beispiel aufgabe zum thema wald links sehen sie den ersten teil der hilfe die frage oder die aufforderung auf der rechten seite steht dazu jeweils die antwort oder die inhaltliche erläuterung die ganze aufgabe mit der aufgabenstellung sowie den hilfen finden sie unter dem eingeblendeten link sowie unter links und materialien zum herunterladen viel erfolg beim erstellen ihrer eigenen gestuften lernhilfen nun haben wir von louis viel darüber gehört wie gestufte lernhilfen sowie die dazu passenden aufgaben aussehen nun eine letzte frage an sie was würden sie anderen lehrkräften gerne mitteilen die gestufte lernhilfen zum ersten mal in ihrem unterricht einsetzen ja dass man einfach in kooperation mit den kollegen sich ganz konkret für ein unterrichtsvorhaben vornimmt gestufte hilfen zu erstellen und am besten ein unterrichtsvorhaben wo man schon erfahrung hat aus vorangegangenen stufen wo die knackpunkte sind wo formulierungsprobleme sind wo die probleme im fachlichen verstehen sind und dass man sich dann gezielt einem unterrichtsvorhaben ja dass man sich das vornimmt und die gestuften hilfen gemeinsam erstellt erprobt und auch evaluiert super vielen dank euch beiden für die zahlreichen einblicke und tollen hilfestellungen zusammengefasst können wir sagen gestufte lernhilfen sollten wohl dosiert eingesetzt werden von nicht invasiven lehrerinnen verhalten begleitet sein selbst erklärend sein sie müssen eingewöhnt werden freiwillig sein und zu passenden aufgaben genutzt werden geeignete aufgaben für den einsatz von gestuften lernhilfen sind aufgaben die komplex aber eher geschlossen sind eher anwendung als neuer arbeitung fokussieren oder der aktivierung und reorganisation von vorwissen dienen bei der gestaltung der aufgaben sollte ein ansprechender kontext wie beispielsweise eine realistische situation eine problemstellung oder eine fragestellung vorangestellt werden die aufgabenstellung sollte neben einem informationsteil die schüler innen über fähigkeiten vorkenntnisse und aufforderungen informieren bei der zur aufgabe passenden lernhilfe sollten sich lernstrategische und inhaltliche hilfen abwechseln wobei die letzte hilfe immer die komplettlösung ist jede hilfe besteht aus zwei teilen der frage beziehungsweise aufforderung und der antwort oder der inhaltlichen erläuterung wir sehen uns im nächsten video wir sehen uns bei dem dritten live